Na, und dann hat sie ein Kondom rausgeholt und hat es mir übergestaltet. Ganz langsam. Hey, Mann, ich darf nie. Hat er einfach drauf getan, ohne groß drum rund zu reden. Finde ich toll. Auf jeden Fall war ich dann total entspannt. Na, und dann? Wie war's? Cool. Ich meine, jetzt schon ein Kind, wo wir gerade an der Ausbildung anfangen, das ist einfach nicht drin. Wäre ja auch schlimm, wenn es dir dann auch noch ähnlich sieht. Ich habe das noch nie gemacht. Wie geht denn das? Hier, probier's doch selbst mal. Keine Angst. Es ist fast wie eine Strumpfhose. Mach den Meister. Ich bin ein Gummi, ich komme bei mir nicht in Frage. Dich lässt doch sowieso keiner ran. Ist es nicht toll, dass wir einfach so darüber reden können? Ich finde, es gehört dazu. Genau das mag ich an dir. Kondome schützen. Vielen Dank. Vielen Dank.